Es gibt unglaublich unsensible Frauen und wahnsinnig sensible Männer, aber im Schnitt war es eine evolutionäre Notwendigkeit, dass Frauen Körpersprache besser lesen müssten. Zwei Gründe. Erster Grund, Babys, Kinder, ganz genau. Und zwar, das weiß man vom Primat, der Mensch ist auch ein Primat, das muss man dazu sagen. Aber wenn man jetzt Menschenaffen anschaut, weiß man das, wenn eine Menschenaffenmutter ihr Nachkommen hat und die Menschenaffenmutter kennt schneller körpersprachliche Veränderungen, das heißt sie sieht das mit dem Kind, was nicht stimmt sozusagen. Und sie kann dann schneller darauf reagieren, produziert sie stabilere Nachkommen und damit hat sie natürlich einen unglaublichen Reproduktionsvorteil. Und das ist bei uns Menschen ganz genau das gleiche, wenn du schneller Veränderungen erkennst. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum Frauen gelernt haben, Körpersprache besser zu lesen.